Einen ganz, ganz wunderschönen guten Tag. Grüße Sie sehr, sehr herzlich hier bei uns bei Sonnenklar TV. Das ist ein Wahnsinns-Tag heute, kann ich Ihnen sagen. Und ich freue mich besonders auf meine Schicht hier. Ich habe mich so gefreut, jetzt hier sein zu können. Warum? Sie sehen schon, alles ist so ein bisschen anders hier bei uns. Ich habe ein spannendes Programm hier vor. Ich habe viele Gäste, darf telefonieren, habe fantastische Reiseangebote mit dabei. Also Sie werden sehen, heute lohnt es sich wirklich, bei uns zu bleiben. Holen Sie sich einen Kaffee, vielleicht eine Schwarzwälder Kirschtorte dazu und genießen Sie den Nachmittag hier mit uns und vor allem mit einem Special Guest. Ja, seien Sie gespannt. Los geht's. Jawohl, los geht es direkt. Ich freue mich total. Ganz herzliches Willkommen an Gloria Gray. Und es ist nicht unsere erste Begegnung hier bei Ossonnenklar, nicht wahr? Nein, die zweite, aber schon ein paar Jahre her. Ich glaube, es war 2011. Ja, siehst du, das weißt du noch ganz genau sogar. Ja, super. Also wir haben, ich habe ja versprochen, ja, wir haben also einen besonderen Nachmittag hier. Und Gloria Gray, ja, wir kennen Sie alle. Schauspielerin, Autorin, Sängerin, Showmasterin. Was haben wir noch alles mit dabei? Veranstalterin, Unternehmerin. Veranstalterin, Unternehmerin. Also eine Frau, die also wirklich hier zugange ist und uns sehr, sehr viel beschäftigt. Er sich die Zeit nimmt, jetzt hier zu uns in die Sendung zu kommen, denn wir sprechen jetzt über den Bayerischen Wald. Und ich weiß, das ist dein Spezialgebiet. Aber vielleicht kannst du uns zuvor so ein bisschen was sagen, was im Moment so deine Aktivitäten sind. Zum Bayerischen Wald Spezialgebiet. Ich meine, wisst ihr, wo mein Hormat ist? Es ist meine Heimat. Ich bin im Bayerischen Wald geboren und aufgewachsen, war da 18 Jahre zu Hause, bin dann weg in die Welt hinaus. Das heißt, da München? Große, weite Welt war erst einmal München, aber ich meine tatsächlich global auf diesem schönen Erdenrund unterwegs, hat mich entwickelt, ausgelebt und bin jetzt mittlerweile seit fünf Jahren wieder zurück im Bayerischen Wald. Also ich lebe da im Bayerischen Wald, mache da auch Urlaub und zum Arbeiten bin ich unterwegs. Und aktuell bin ich in München, weil ich viel arbeite, Veranstaltungen habe. Gestern meine Party in München, ich habe nicht viel geschlafen. Ich hoffe, man sieht es nicht so sehr und bin jetzt hier bei euch und bin mit meinem Jubiläumsprogramm unterwegs. Und dazu wollen wir natürlich sehr, sehr gerne auch noch ein bisschen was hören. Zunächst mal jetzt für Sie, liebe Zuschauer, wir haben dieses besondere Angebot, ja, und zwar unser Sonnenklar-TV-Event, ja, der ja stattfindet im Bayerischen Wald und zwar in Bodenmais. Und dazu möchten wir Sie einladen und dazu ist nämlich Gloria Gray schon mal gekommen, denn sie wird auch hier zugegen sein. Und deswegen freuen wir uns ganz besonders, dass Sie uns hier schon mal so eine Stippvisite in München abhangen. Wir haben ein Programm hier für Sie und zwar für 199 Euro für zwei Übernachtungen. Wir haben ein Drei-Sterne-Select-Angebot, ja, gleich nachher auch noch ein Vier-Sterne-Möglichkeit. Select heißt, wir haben mehrere Hotels, die zur Verfügung stehen, gerade auch für dieses Angebot. Das ist zum Beispiel hier zum Aber, ja, mit 98 Prozent Weiterempfehlungsrate oder auch Rotbacher Hof. Das wären die Hotels hier. Wir haben ein tolles Frühstück mit dabei, WLAN ist mit drin, Parkplatz ist mit drin und dieses Goodie-Ticket. Das heißt also nochmal ein Bonbon oben drauf im Wert von 112 Euro. Und jetzt kommt es aber. Es ist ja unser besonderes goldene Sonne-Angebot und das heißt am 29.04. Und das ist auch der feste Termin hier, 29.04. um 19 Uhr geht es los. Get-Together-Party, Sektempfang mit Flying-Buffet, Dann dieses exklusive Late-Night-Shopping hier in dem Glas, in dem Joska-Glas-Paradies auch nochmal mit einem schönen Rabatt. Dann haben wir am 30.04.Tag später Zeit für Wandern und Aktiv. Ja, was man da so machen kann, kann uns bestimmt Gloria noch gleich erzählen. Dann am 30.04. dann geht es richtig los und zwar zur Gala, zur Verleihung der goldenen Sonne. Und da haben wir ja hier diese acht Kategorien. Diesmal zum ersten Mal sind wir ja nicht auf der ITB in Berlin zur Verleihung der goldenen Sonne, sondern eben hier in Boden-Mais. Ja, ein tolles Show-Programm, haben ein Gala-Buffet, Getränke bis 24 Uhr, eine After-Show-Party natürlich mit den bekannten Gesichtern von Sonnenklar TV, aber auch aus der TV-Branche und zum Beispiel eben auch Gloria Gray. Ist auf alle Fälle mit dabei und da freuen wir uns sehr. Da ist richtig was geboten, da brauchen wir nicht mehr nach Berlin. Jenes passiert im Bayerischen Wald, höre mal, am 30. April. Hast du eigentlich schon gemerkt, goldene Sonne, ist das nicht irgendwie sehr dem Thema entspricht? Ja, heb dir das Outfit auf, das ist wichtig für den Abend dann. Wenn ich es bis dahin nicht gegessen habe, das kann man nämlich angeblich essen. Sagst du jetzt mal, das lassen wir jetzt mal so stehen. Knabbern wir ein bisschen. Also, das ist unser Angebot, 199 Euro. Ja, du sagst jetzt gerade, wer muss nach Berlin? Wir sind im Bayerischen Wald. Dich hat es auch wieder zurückgezogen. Ja, ich kann mich erinnern, auch damals, als wir darüber gesprochen haben, du hast ja auch so ein bisschen erzählt, was zieht die Menschen dort in den Bayerischen Wald? Bei mir waren es in erster Linie familiäre Gründe, dass ich zurückgegangen bin. Und wie ich dann da wieder war, habe ich gemerkt, wie schön es da wirklich ist. Darum sage ich, ich mache mittlerweile Urlaub zu Hause, weil mein Hauptgrund sitzt, ist in Swiesel im Bayerischen Wald und denke mir, ich verstehe die Leute, die da hinfahren, um sich zu erholen, ihre Seele baumeln lassen und Natur erleben, atmen. Ja, da ist die Luft gut, da ist die Region schön. Man kann was erleben. Man kann auch mit der Familie viel unternehmen da. Also, ich lebe da wirklich sehr gerne und ich komme wirklich viel rum. Berlin war vor allem das Stichwort. Bin viel in Großstädten. Aber ich könnte es mir heutzutage nicht mehr vorstellen, woanders zu leben auf Dauer. Denn dort tut es mir gut. Guck mal, das ist doch interessant zu hören. Und genau das Plätzchen, das uns gut tut, das haben wir ausgewählt hier für Sie. Und bei uns ist der Bayerische Wald inzwischen wirklich auch ein ganz großes Thema geworden. Wir haben ja sowieso gelernt, ja, die meisten deutschen Urlauber oder Lieblingsurlaubsplatz der Deutschen ist tatsächlich Deutschland. Und deswegen haben wir also wirklich ganz tolle Angebote, auch gerade im Bayerischen Wald. Ja, und auch unser Chef, der macht ja selber da auch Urlaub. Okay. Ja, jetzt auch Ende des Monats auch wieder. Und da haben wir also tolle Angebote. Ich würde sagen, bevor wir uns hier alles mal so genauer angucken, was du hier zu bieten hast, wollen wir uns das Angebot mal angucken. Ja, wir haben natürlich einen Film dazu, was Sie erwarten dürfen in Sachen Hotel, in Sachen Entertainment, ja, und welches Paket wir hier für Sie geschnürt haben. Was ist schon Hollywood gegen Bodenmais? Hier sind die Stars. Hier sind die Promis. Hier ist der Glitzer und Glamour. Der beschauliche Bayerische Wald wird zum Nabel der Sonnenklar-TV-Welt. Seien auch Sie unser Gast und erleben Sie das große Sonnenklar-TV-Star-Event. Mit vielen bekannten Gesichtern aus Film, Fernsehen und Tourismus. Die glanzvolle Verleihung der goldenen Sonne. Wenn Sonnenklar-TV ruft, kommen Sie alle. Freuen Sie sich auf Roberto Blanco, Harry Weinfurt, Petra Nadolny und Peter Nottmeier von Switch Reloaded. RTL-Gründer Dr. Helmut Thoma, Moderator Max Schautzer und unseren Kai. Der durch den festlichen Abend führen wird. Los geht das Gala-Wochenende mit einem stimmungsvollen Empfang im Joska-Glasparadies. Prickelnder Sekt, Köstlichkeiten vom Flying Buffet und exklusives Late-Night-Shopping. Das Get-Together mit den Prominenten und dem Sonnenklar-TV-Team ist ein Auftakt nach Maß. Damit Sie alle fit sind für den großen Gala-Abend, haben wir ausgewählte 3- und 4-Sterne-Hotels direkt vor Ort reserviert. Allesamt mit hohen Warteempfehlungsraten. So zum Beispiel das gemütliche Hotel zum Arba. Nach der Nacht in kuscheligen Betten und einem reichhaltigen Frühstück sind Sie bereit für den kommenden Tag. Und der startet mit einem umfangreichen Wander- und Aktivprogramm durch Bodenmais. Das übrigens von HolidayCheck zum beliebtesten Ferienort Deutschlands gekürt wurde. Am Abend steigt dann im Joska-Glasparadies die rauschende Preisverleihung. Die Goldene Sonne erhalten nur die allerbesten Angebote unseres Sonnenklar-TV-Programms. In acht Kategorien heißt es dann And the winner is... Ehrenpreise gehen außerdem an Dr. Helmut Thoma, an Max Schautzer sowie an das Team von Switch Reloaded. Für die künstlerische Untermalung sorgen unter anderem Show-Acts von Gloria Gray, den Voidrockern, Calvin, Calvus und viele mehr. So hochkarätig die Gala, so geschmackvoll die Begleitung. Kostenlose Getränke bis 24 Uhr sowie ein üppiges bayerisches Buffet mit herzhaften und süßen Schmankerl. Krönenden Abschluss bildet die Aftershow-Party, wo Sie gemeinsam mit den Promis und dem ganzen Sonnenklar-TV-Team bis tief in die Nacht feiern können. Zahlreiche Inklusivleistungen, rauschende Partys, Late-Night-Shopping und die glanzvolle Preisverleihung der Goldenen Sonne erleben Sie ein unvergessliches Gala-Wochenende. Hollywood Feeling in Bodenmais, nur mit Sonnenklar-TV. Unser Dank gilt den offiziellen Partnern Bodenmais, Ferienregion Nationalpark, Bayerischer Wald, Arberland. Ist das eine irre Sache? Ich finde es ganz toll, grandios. Und wen wir alle dabei haben, nicht wahr? Das ist geboten, da bin ich überrascht. Jetzt muss ich mich ansteigen. Ja, aber richtig. Da haben wir wirklich, da haben wir echt aufgefahren. Ich finde, das ist so eine schöne Gelegenheit. Und das Schöne ist, wir haben ja hier die zwei Tage, das heißt natürlich ja unser Event, Verleihung dieser acht Kategorien in der Goldenen Sonne, das ist so schön. Und aber eben auch tagsüber hat man ja Zeit, eben auch mal wirklich die Region ein bisschen kennenzulernen, unterwegs zu sein. Wir sind ja mit dem Auto hier vor Ort, das heißt wirklich Aktivprogramm, Wanderprogramm, das kann man alles hier in Anspruch nehmen. Und das für 199 Euro ist doch ein Schnappi, oder? Zuschlagen, sofort. Wenn ich nicht schon da wäre, würde ich es buchen. Ah, ganz genau, ganz genau. Aber du wirst auf jeden Fall da sein. Und da freuen wir uns ganz besonders, dich dann auch da zu sehen. Sag mal, Glanz und Gloria, erzähl doch mal gerade, wir haben das hier so schön aufgebaut, ein paar Sachen von dir. Was ist das für ein Jubiläumsprogramm? Ja, seit 30 Jahren stehe ich nun auf der Bühne, auf den Brettern, die die Welt bedeuten, und habe dementsprechend ein Jubiläumsprogramm auf die Beine gestellt. Und mit dem bin ich auf Tournee und habe schon alle Stationen hinter mir noch zweimal. In Deggendorf ist übrigens auch das Tor zum Bayerischen Wald. Genau, ja. Da bin ich am 13. Februar in der Stadthalle. Und in München bin ich damit im Schlachthof am 26. März. Ich würde mich freuen, wenn eure Zuschauer vorbeischauen würden. Das ist aber irre, oder? Das ist hier in München. 26. März, also das muss man sich merken, große Jubiläumsshow, Glanz und Gloria. Dann hast du uns aber auch so ein bisschen was Hochprozentiges mitgebracht. Jawohl. Was hat das zu sagen? Auch alles Produkte aus dem Bayerischen Wald, aus Zwiesel, von der Bärwurzerei Hicke. Blutwurz. Deren Werbeikon ist ich schon bin seit acht Jahren, sieben Jahren, ich weiß es ja gar nicht mehr. Solange schon zwei Ikonen aus dem Bayerischen Wald sind da zusammengekommen. Das ist was Hochprozentiges und auch naturpur, ganz ohne Chemie. Wollen wir nachher vielleicht mal probieren. Aber gerne, aber besser erst nach der Sendung. Ich habe gesehen, 60 Prozent. Ja, wir müssen nicht mit dem anfangen. Wir fangen mit dem kleinen, ganz genau. Aber eben auch die Musik von dir, das wollen wir gerade auch nochmal ansprechen. Machen wir gleich nochmal. Hier zunächst mal das Drei-Sterne-Angebot, Drei-Sterne-Select. Das heißt, Sie buchen jetzt hier diese Reise. Es sind zwei Übernachtungen, also drei Tage. Sie sind in einem dieser Drei-Sterne-Hotel untergebracht. Sie haben Frühstück mit dabei. Aber das große Programm kommt natürlich dann mit dem 29. hier am Abend. Mit der großen Party, ja, Sektempfang, Flying Buffet, Late-Night-Shopping nochmal möglich. Und dann natürlich die ganz große Gala am 30.04. Das wird ein irre Angebot, bei dem Sie auch ein bisschen näher rücken können an Sonnenklar.TV. Uns ein bisschen kennenlernen können. Die großen Stars natürlich. Deswegen haben wir hier Gloria Gray auch eingeladen hier in die Sendung hinein. Sie ist natürlich auch vertreten dort und viele mehr, wie Sie es auch eben gerade schon gesehen haben. Also ich muss Sie recht geben, da wird richtig aufgefahren hier an diesem Moment. Roberto Blanco ist auch dabei. Ja, ja, ja. Ein bisschen Spaß muss sein, kann ich da nur sagen. Das muss sein und das werden wir ganz bestimmt auch irgendwie hören. Wird auch sein, ja. Genau. Jetzt habe ich schon gerade gesagt, ja, ich meine, du bist ja inzwischen wirklich alles, ja. Showmasterin und Schauspielerin und Autorin und Sängerin. Entertainerin. Entertainerin. Nicht zu verwechseln mit der Ententrainerin. Nee. Bitte sehr. Deshalb ist es eine bunte Revue, so wie es hier steht, zwischen Broadway und Cabaret, Comedy und Gesang. Mit ganz vielen Anekdoten zum Schmunzeln und zum Nachdenken. Es ist eigentlich meine persönlichste Show. Ja. Ich erzähle sehr frei, Schnauze, sehr authentisch, sehr ich. Sehr bewegende Sachen dabei. Ist eine Mischung zwischen, ja, ich spreche, ich singe, ich nehme das Publikum mit in mein Leben und auf eine Reise. Zweimal eine Stunde bin ich da auf der Bühne und da wird gelacht und es fließen auch Tränen. Ja, das ist sehr süß, also sehr, auch emotional, sehr schön und zuvor, ja, wenn Sie Interesse haben, es gibt die CDs, also auch da natürlich sehr, sehr gerne. Ja, wir sind alle gespannt auf die große Jubiläumshow, aber eben auch auf dich direkt auch hier in Boden, Mais. Denn, ich meine, unsere Stars, die wir dabei sind, die sind ja dann zum Anpacken, ja, das ist ja das Schöne auch, dass man wirklich auch mit euch sprechen kann und euch kennenlernen kann. Hoffentlich nimmt das niemand zu wörtlich in meinem Fall mit dem Anpacken. Da wäre viel Fläche vorhanden. Man weiß es nicht, aber war es nicht. Gloria, ich danke dir sehr, sehr herzlich, das ist wirklich eine super Sache, dass du dabei bist und dann auch vor allen Dingen vor Ort dabei bist. Das, was Sie jetzt hier sehen für 229 Euro, also sind gerade mal 30 Euro mehr und dann hätten wir dieses Vier-Sterne-Angebot hier. Im Grunde ist es eigentlich wurscht, oder? Ob man jetzt in einem Drei-Sterne oder in einem Vier-Sterne, oder das sind ja wirklich auch alles schöne, zünftige, auch traditionelle Häuser da, die ihr überhaupt im bayerischen Wald habt. Urig, geerdet. Genau, geerdet, das ist ein richtiges Wort. Das ist so, wie es möglich ist zu diesem Preis. Das ist mir echt ein Rätsel. Vor allen Dingen mit dem Programm dann. Ja. Und da ist ja die komplette Gala. Es ist nicht nur die Übernachtung hier, sondern da ist die ganze Gala mit dabei. Also für solche Events zahlt man normalerweise viel Geld, wenn man separat irgendwie das ist. Allein fürs Programm schon, ja? Also vielleicht haben Sie in den letzten Jahren das verfolgt, dass wir die goldene Sonne immer verliehen haben und wären gerne mal dabei. Das war immer auf der ITB in Berlin. Jetzt haben wir gesagt, nein, jetzt ganz geerdet gehen wir hier in den bayerischen Wald und wollen das wirklich gemeinsam mit unseren Urlaubern tun, und auch mit unseren Stammzuschauern und Urlaubern wollen wir das machen. Und ich finde, das ist eine gute Gelegenheit. Wir haben übrigens diese, wo habe ich es denn, diese acht Kategorien vielleicht nochmal. Bestes Hotel für Selbstfahrer, bestes Hotel Mittelstrecke, Fernstrecke, beste Kreuzfahrt, Reisebüro des Jahres, Kunde des Jahres, Reisebüro Newcomer des Jahres, Neueröffnung des Jahres. Also wir haben wirklich viel zu verleihen hier und viel zu feiern sowieso. Sehr schön. Gloria, ich danke dir. Was ist das für ein süßer Buss? Ich habe dir noch ein süßes Busserl aus Zwiesel mitgebracht. Lass es dir schmecken. Das ist ja mehr als goldig, oder? Goldene Sonne. Zwiesel, das ist ja deine Heimat. Das weiß ich, das hast du mir letztes Mal schon gehört. Oh, guck mal, ist das nicht süß. Okay, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Gerne. Und wir freuen uns alle, dich dann in Bodenmeiß zu sehen. Ich freue mich auch. Oder am 26.03. ja, um 20 Uhr im Schlachthof in München. Gerne. Auch eine gute Idee. Sehr, sehr schön. Vielen, vielen herzlichen Dank. Danke für den Besuch. Und Sie können sehr, sehr gerne hier diese Reise buchen. Wie gesagt, das Vier-Sterne-Paket oder eben auch das Drei-Sterne-Paket. Das sind gerade mal 30 Euro mehr. 1, 5, 4, 9, 9, 5 ist die Buchungsnummer jetzt hier für Sie. Und Sie sehen auch hier das vollste Programm. Am 29. April geht es los und diese zwei Nächte hier mit der großen Party. 1, 5, 4, 9, 9, 5 ist die Buchungsnummer bei uns.